ich glaube da ist mit sicherheit noch jemand ich sehe den ich hab ihn ausgenockt hier vorne direkt um ecke die dreckige schweinesau warte der war nur ausgenockt ne ja ja ein zeit alter scheißdinger ist nun ja ich bin dran ich gucke nur ja warte dann dann komme ich noch mal raus und ich bin schon wieder weg ich weiß nicht wo sein kollege ist halt also hier ist ungelootet kann man hier auf das dach gehen zweifach hast du jetzt schon ein visier ja gerade von dem typen gelootet na dann gehe ich in das haus neben dir ja ja wenn sowas passiert ist das ein bisschen blöd aber was machen wir im turnier denke ich mal er nicht aber jetzt hier ist das ja ein bisschen egal noch alter dieses lenken 200 fucking 50 schuss mit der mit der ump aber ump moniert nicht so viel platz weg also du musst unbedingt an deinen sounds für deine ausdruck ändern so arbeiten wir müssen uns einfach besser kennenlernen was ist denn dein ausdruck wenn irgendwo was ist so ein timi du machst du schon wieder einen schlaganfall in den uhrensohn so ein timi ne ich habe eine k gefunden äh äh brauchst du ein extended mag für eine ump nein also extended quick aber kannst du mir gerne mitbringen dann wechsle ich doch ok nicht mit der k 3er rucksack alter das ist so geil hier k 3er rucksack ey du hast ohne scheiß das loot glück das ist unfassbar aber das ist gut dass einer im team sowas hat ja das wird nicht für immer halten ja bitte das ist jetzt mal heute so ey ne dann setzt das nur ein für das event bitte vielleicht bist ja auch du mein glücksbringer ja das kann sein vielleicht müssen wir mal richtig trinken gehen und so tue dann frauen baggern und so ah geht nicht ich bin doch vergeben mit der schönsten frau der welt ja ist doch mir egal ja ich kann ein wingman natürlich sein ich bin super als wingman du sollst mir nur äh vorbereiten ich habe schon freunden von mir frauenklang gemacht die waren auf jeden fall zwei liegen über den oh lol Die Liga rechne ich gar nicht, ey. Ja. Es gibt immer... So, warte mal, wo bist denn du? Da. Hier. Komm mal her, hier. Wir machen mal eine schöne Teilung. Hier. Ja, irgendwo... Zweifachscope hasse ich, das brauche ich nicht. Okay, extended is geil, dann gelb. Aber die Muni brauche ich auch nicht. Dafür brauche ich nicht. Okay. Uh, Anglic Foregrip. Wo ist denn der Kollege von dem einen hier? Keine Ahnung. Ich habe jetzt auf jeden Fall 400 Schuss mit der UMP. Na, nice 400. Übertreib mal so ein bisschen. Ja. Ja, die lege ich irgendwo im Feld dann mal ab und dem Granaten mit. Aber hier ist auch. Vielleicht war der hier drin. Okay, ich habe eine K, ne? Wenn du so etwas sagst, was irgendwo ist, dann schieße ich. Kein Plan, wo halt. Okay. Also ich glaube, die sind Richtung Westen weitergegangen, das andere Team, das da ja war. Warte. Stimmt. War das meinst du? Nee. Ah, da ist jemand gerutscht. Ja, ne? Ja, ja. Dann ist vielleicht einer über mir. Okay. Oh, Dreierrucksack. Warte mal. Der weiß ja eh, dass wir hier sind. Aber hier ist eine Dreierweste. Der lässt doch nicht eine Dreierweste liegen. Nee, dann nicht. Dann im Nebenhaus. Im Nebenhaus. Lass es loschen. Ich wasche mal hoch. Ich gucke mal, ob hier was ist. Hier liegen auch noch Waffen und so. Nee, hier war keiner, Mann. Hier bin ich vorstelle. Das ist noch Skarmucke. Äh, Muni. Hier auch noch. Skarmucke. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Äh, ja. Meinst du den nebenan? Ist du da jetzt noch mal rein? Ja, 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 ja. Ich denke schon. Also warte mal, ich gucke mal hier gerade durchs Fenster. Da sind Türen offen. Ja, der ist hier nebenan. Rechtfertigt klar. Warte, ich sehe den, ich sehe den. Warte, der ist tot. Warte. Der hatte keine Chance. Der hatte keine Chance. Oh, der schlackert da in der Wand. Ja, ja. Aber was auch, der war nur ohnmächtig, ne? Okay. Äh, so. Oh, der hat sogar einen Suppressor für mein Scharfschützengewehr. Nice. Holy shit, Alter. So, das geht raus. Der Compensator ist ganz gut. Der war nur noch... Warte mal, der hat aber noch einen Karabiner. Hast du das jetzt auch nicht ausgetauscht? Nee. Dann hat er den Schallgedämpften. Könnte sein, dass der über uns halt ist, sein Kollege, ne? Okay. Willst du vor? Ich laufe hinterher. Ja. Okay. Hier hochrennen ist eigentlich immer super scheiße. Der kommt dann halt um die Ecke und... Aber ich mache dann den Re-Track. Der Typ ist, glaube ich, alleine hier drin gewesen. Sind die denn alle alleine unterwegs hier, die Leute? Ja, das sind halt stumpfe Kerls. Na, ist egal. Sollen uns recht sein. Ja. Ja. So. Wem schieße ich denn jetzt mal in den Kopf? Vierfachen Visier habe ich auch. Wem du willst. Wem du willst. Oh. Oh, der ist vor mir. Warte mal. Hier drin hat er gehockt, der Typ. Mhm. Hier den rushen. Ja. Warte mal. Mach einfach nur die Tür auf, lauf weiter. Okay. Wow. Der ist neben mir. Holy shit, Alter. Der ist hinter mir. Holy shit. Das ist noch einer. Hier ist noch einer im Haus. Ja, ja. Also, das sind zwei. Heißt, das ist ein anderes Team? Oh ja, da sind zwei hinter der Wand. Pass auf, hinter der Wand. Einer kommt vom Turm. Das sind wieder andere auch noch. Wir sind wieder zwischen anderen Leuten. Gibt's doch gar nicht. Einer ist in der Nähe des Turms und einer ist hier auf der Westseite. Hinter der Mauer von dem Haus. Da kommt ein zweiter an. Da kommt ein zweiter an. Renn weg. Habst du beide getötet? Nice. Der im Haus noch. Ja, jetzt töten wir den im Haus noch. Nice, Pirate Roni. Dankeschön. Mit 400 Schuss kein Problem. Einfach draufpanzen. Mhm. Müssen wir nur finden, wo der ist. Ja, ja. Aber der muss Angst haben ohne Ende da im Haus. Ich hab grad ein zweier Team ausgenockt. Ich guck grad, aber ich seh den auch nicht. Versuch mal hier noch ne Granate zu erhocken. Der hockt wahrscheinlich in irgendeiner Ecke drin. Wie man nicht richtig einsinken kann. Ja, ja. Der hat hier auf mich gesch- Ah, warte, ich töte den. Drei, zwei, eins. Rot. Okay, hier ist noch ne AK. Zwei SKSs. Freu ich nicht, aber ich renn mal zurück und hol mir von dem einen den Karabiner. Naja, weil ich hab grad ein 8-fach-Skort noch gefunden. Oh, wow. Einfach mal gucken. Vielleicht geht was. Erster Skort runter mit Leuten aus diesem Chat und schon ein Chicken Dinner. So läuft das mit meiner Crew. War nicht ganz hoch. Sonst wären wir übelst rausgeschossen. Warte mal. Ja, das mein' ich. Das meintest du. Das mein' ich. Pass auf, die können das Flugzeug, das Auto in die Luft jagen. Steh nicht zu nah. Der schießt die ganze Zeit hier gegen die Wand, der Trottel. Au, ich wurde ausgenockt. Der konnte mich sehen hinter dir. Kannst du mich einmal holen? Bin hinter dir. Au. Ach. Probier's nicht, weil ich bin down. Probier's nicht, probier's nicht. Sind wir tot. Einen hab ich. Nate. Der hat Hit. Hol mich mal lieber wieder, weil sonst, wenn du stirbst, sind wieder beide tot. So haben wir wenigstens nur die Chance. Hä? Der kann mich ja hier nicht treffen. Ich versuche mich dann mal schnell zu heilen. Ich hab nur Angst vor Granaten, weißt du? Ja. Ich röffel jetzt gleich selber eine Granate rein bei dem. Oh, alles klar. Weiß ich Bescheid. Links ist er. Links ist er. Rechts ist er. Rechts noch einer. Er hat seinen Kumpel geholt. Links heilt sich gerade. Okay. Links unten oder ist er oben oben? Nee, nee. Links oben. Im linken obersten Fenster. Und da piekt er jetzt gerade im mittleren. Er piekt linke Seite in der... Ich hab einen ausgenockt. Ich rush, ja. Fuck. Fuck, ja. Hab's ihn. Nice, hol mich. Nö. Alter. Ich hab... Ich hab... Ich hätte ihn gehabt, wenn der Jeep nicht mit seiner Latte vor mir gestanden wäre. Cup of Pride. Alter. Ey, du bist... Alter, ey. Warum spiel ich nur mit solchen zusammen? Was ist das? Nur solche Leute kommen zu mir. Perverse. Ja. So, ich hab jetzt keine... Keine Heal Packages mehr. Ähm, ja, die haben Lockerwart hier. Ah, ja. Hat sie einen Hauscamper. Die haben ganz viel Loot und dann warten sie hier dritt. Ja, ja. Ja, guck hier. Alles voll. Alles. Meine Weste hat nur noch drei. Easy. Wo ist denn der andere Vogel? Hier, hier. Beide da? Ja. Fahrzeug? Ja. Äh, warte. Ich dropp dir hier vorne. First Aid. Okay. Und die Boost kannst du von dem anderen noch nehmen. Dann haben wir ungefähr auch gleich viel. Okay. Ich hab jetzt neun Energy und drei Penkeler. Cheekpad. Boah, scheiße. Zweier Weste, zweier Helm. Beides auf drei Viertel runtergeschossen, ey. Ähm, haben die nicht noch irgendwie was für dich? Ja, ich guck gleich. Ich wollte jetzt erstmal boosten. Cheekpad mitnehmen. Hab ich doch schon längst. Hab ich doch schon längst. So, was haben wir da? Äh, Vierer Visier ist noch drin. Ja, wenn du willst, nimmst du das. Na, die Weste nehm ich mal noch. Uh, der Helm. So. Die Vierer hab ich schon. Okay. Ja, ich behalte einfach meinen Achter. Okay. Ich hab's noch, ich hab's noch gecallt. Ich hab's noch gecallt. Was denn? So hier hochfahren und abgeschossen werden. Da muss man echt... Ja, ja. Ne, ich wollte eigentlich, äh, das Auto unten an den Hügel hinstellen. Da, wo der Spawnpunkt ist. Und hab dann aber nicht damit gerechnet, dass hier ja vielleicht Leute sind. Hä, hä, hä. Äh, ich würd' sagen, wir fahren weg. Das sind nur noch 40 Sekunden. Ja, okay. Willst du fahren? Oder soll ich fahren? Boik. Ich fahr. Biermann, da konnte ich nur den Kopf schütteln. Ja, ich, ich musste von so'n Haus, wo da springen, aber der hat mich halt dann im Sprung getötet, so. Also der konnte mich die ganze Zeit leider abschießen. So, wo wollen wir denn hin? Oh, du heilige Scheiße. Ähm... Beim Lauch? Ja. Ist das so'n... Tuch? Ah, nee, dann lass ich auch hochgehen gehen. Ja, irgendwo, guck mal. Ja. Ich fahr einfach mal um das Gebäude rum, das ich meine. Dann schauen wir mal, wer drin ist. Ansonsten fahren wir weg. Ja. Fahr so'n bisschen Schlängellinien, Alter, sonst, oder? Ich dachte, wenn so'n Karabiner ausschießt, das gönne ich dir nämlich nicht. Nicht, wo wir eine Karabiner haben, ne? Ich meine, ich würde einen Headshot überleben, aber du nicht. So, ab hier laufen, wenn wir sonst nicht alles hören. Okay. Boah, es ist super offen hier, aber. Holy shit. Nee, nee, nee. Pass mal auf, hier nebendran. Ja, ja. Pass mal noch eins weiter hier. Ich wollte zwei. Ähm... Richtig viele. Ja, ja. Das sind Berenus. Aber hier, hier werden wir nicht so schnell gesehen. Wir können uns ja ein paar Büsche reinsetzen. Ja. Ich bin mehr so der Hardcover-Typ. Sag mal, wir könnten halt auch... Wir könnten halt auch zum Turm hier, ne? Ja. Aber ich guck mal nur, ob da was drin ist, Mann. Ich hab keine Lust von seinem gekillt zu werden gleich. Ja. Ne, ist safe oben, zumindest. Bleiben wir doch einfach mal drin, ne? Ich lass mal die Tür auf. Ja, das Problem ist, hier werden wir aber auch schnell gekillt, wenn die Leute wissen, dass wir hier sind, ne? Das ist richtig, ja. Weil man muss hier so scheiße raus. Ich würde am liebsten eigentlich um den Turm immer rumlaufen, aber dafür ist mir die Zone zu kacke. Uff. Ja, bleiben wir mal noch ein bisschen. Da ist der K. Oh Gott, noch eine Zone. Komm, lass gleich weiter. Gleich weiter. Position verschieben hier. Ja, aber... Genau. Laufen, laufen. Hüttchen, um das Arschloch-Hüttchen kommen wir rumtanzen. Oh, nee, hier in der... Hier ist ja so eine, so eine, so eine Kuhle. Da können wir super geil drin stehen. Ja? Ja, ja, guck mal, hier. Pass auf, wir gucken, ob nix in der Fackbeute ist. Oh, nee, ist keiner. Ja, ja, in jede Richtung hast du da Deckung, wenn du willst. Je nachdem, wohin du halt Deckung haben willst. Und ich glaube, die hinter ihr... Hinter uns aus dem Nordosten, die werden auf uns zu pushen. Ja, die aus dem Nordosten werden 100 bekommen. Ja. Oh. Ich seh den gerade nicht mehr. Schön, mich holen, mich holen. Nee, der hat auch einen zweiten Kollegen hier. Oh. Oder? Ich bin... Nee, der ist direkt geschoben. Komm, komm. Ach, stimmt. Ich sterb richtig schnell wegen... Wegen Weißer. Wegen Weiße. Nee, der kam nur von da. Warte mal. Warte mal, der hat hier... Minus Brain, danke für den Support, mein Freund. Danke. Rüls. Jetzt war hier ein Dreierhelm. Ey, ich dachte halt auch, ich hab den noch gehört, ne? Ich wollte aber nichts sagen, weil ich irgendwie dachte so, das wäre eingebildet oder das wär's du. Nee, sag... Äh, also lieber was sagen so und dann ist nix anstatt... Ich war mir irgendwie sehr sicher, dass hier nix ist, aber naja, gut. Ich dachte, ich hätte zwei gesehen, dann war das wieder so eine scheiße... Wollen wir hier bleiben oder wollen wir Positionen verschieben? Oh Gott, meine Weste ist komplett verschossen. Wir können hier bleiben bis... Äh, das weiß ich nicht. Wir können hier bleiben bis halt die Zone kommt, ne? Dann werden hier viele Leute reinrennen, die irgendwie eigentlich killen können. Die müssen ja aus dem Nordosten und so. Die müssen alle kommen zu uns gleich. Ja, deswegen... Also, ich mein, wir haben jetzt unsere Position verraten mit dem Gebüller. Ja, aber... Würde dann halt jetzt, äh, erstmal... Da checkt ja jetzt noch grad noch keiner. Meinst du? Also, ich find das ziemlich gut, weil wir jetzt wirklich auf die warten können. Das heißt, wir haben Leute, die eventuell bei uns im Nacken sind. Das stimmt. Können wir direkt zwei Leute töten oder so. Ja. Okay, dann scanne ich so Nordosten bis Südosten, ja? Okay. Ich kann leider nicht hier hochgehen, dann sehen die mich. Ja, ja. Oh, Flieger. Was sind die? Flieger, Flieger. Arroganz-Guard? Wo sind die denn? Kommt keiner. Die müssen, die müssen wirklich durch dich durchpushen, ne? Ja. Ja, ja. Doch, warte, vor mir läuft was. Auf dich? Ja, aus dem... Äh... Hab einen ausgenockt. Und an der Fuckbarhütte. Fuckbarhütte. Ich geh rechts rum... Äh, links rum. Hab ihn. Nice. Ich hab ihm halt auch gegeben, der Drecksau. Aber da, äh, von 120 war noch einer. Okay. Okay. Ja, um einem Stein rum ist was. Okay. Der wird, glaube ich, abgeschossen von wem anders. Ja. Hab ich den jetzt gerade gekillt, einfach so? Ne, 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 vor dir am Stein ist noch was. Ja, ja, aber ich mein, hinten war noch einer. Ich hab auf einmal einen Kill bekommen. Ja, der hinten hast du gekillt. Hast du ihn? Ja, easy. Zehn Kills gerade. Oh, lol, Alter. Holy shit. Oh, hier ist nochmal ein Achter, geil. Ich hab den wohl da hinten gekillt noch. Ich hab einmal auf den geschossen, dann war ich auf den anderen, dann war der tot. Ja. Okay, ich muss, ich muss ganz kurz, äh, heilen. Ja, mach das eben. Hat der irgendwie was Gutes, was du noch gebrauchen könntest? Ähm, weiß ich nicht. Ich hab jetzt nicht, nicht geil da reingeschaut. Ne, ich hab nur das Achter genommen. Okay. Was sagt denn deine Weste? Was hast du für eine? Äh, halbe Zweier hab ich. Halbe Zweier? Hat der oben noch was? Ein bisschen bessere, aber wir müssen jetzt leider auch gleich vor. Ja, ja, ja. Ich renne nochmal hin. Okay. Dann buste ich mich schon mal hoch. Okay. Die liegt am unten, die liegt außerhalb meiner. Oma, 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 Oma Paradies, eh. Aber wir müssen jetzt auch vor. Du hast leider keine Zeit mehr zu rufen. Ich seh nix. Okay. Warte. Mach einmal ganz kurz. Doch, ne Dreierweste. Kaum angeschossen. Ja, nice. Hey, komm. Oh nein. Was denn? Spiel. Abgestürzt? Nein, nein. Äh, ich hab nen Schalldämpfer für deine, äh, deine. Ska? AR, ja. Hey. Ich bin an diesem Turb. Oh. Oh. Yo. Seh ihn. Einen ausgenockt. Schön. Schön, schön, schön. Oh, fuck. Jetzt werd ich von anderen Seite noch abgeschossen. Ich bin außerhalb, ey, Mann. Ich auch. Gerade noch geschafft, mich zu heilen. Schön. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hier sind nur dünne Bäume. Die Zone, Alter. Wir könnten zum Haus laufen, das ist das Einzige. Ich werd sterben, ich werd sterben. Echt? Ja. Vergerschaftlich. Oh mein Gott. Komm schon, bitte. 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 Immer schon vorher. Jetzt musst du's schon längst nehmen und so. Fuck, der ist ja noch vor mir. Ja, sehen aufm Haus. Ich bin super low. Ich hab, oh, ich muss nachladen, fuck. Der kann nur meine Pfanne treffen. Nein. Hat mich so ein anderer Pisser abgeschossen von rechts. Oh, wow, ich hab das überlebt. Wie auch immer. Aber jetzt hab ich leider kein Frist-Aid mehr. Bin richtig am Arsch. Oh, der ist ja mir vorbeigelaufen, als ich mich gerade bandagiert hab. Jetzt hab ich die Tür zugemacht und das hat den gerettet. Ja. Unfassbar. Da, geradeaus, wo du gerade hinguckst, sind auch noch welche Farb. Also weit weg. Fuck, Mann. Äh, zwei Füße. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Pass auf, hinter dir. Naja, ich bin aber auch nicht in der Zone, leider, hier. Ja. Immer noch hinter dir. Mhm. Ah, scheiße, der schneid's nicht drin. Da müssten welche im Glas liegen. Ist einer vor mir. Ja. Ich seh den leider nicht genau. Ach, warte. Der fliegt gleich. Da drüben, ja. Oh, der lebt noch, der Arsch, Mann. Nur noch vier, ne? Nur noch die beiden, der Typ und ich. Ja. Der ist tot, ne? Ja, jetzt bei zwei links. Mhm. Oh, shit, wie hab ich das überhaupt bisher überlebt, so. Wir wissen nicht, wo du bist. Nein! Oh, nein! Oh, ich hab potato'd. Ich hab, nein, das wär so ein leichter Sieg gewesen. Warte. Granate? Ja, ja. Das reicht nicht. Oh! Oh, shit! Oh, wie hab ich das denn noch gemacht, Alter? Ja, Mann, geil! Oh! Ja, geil! Oh, das war, oh, das war so sexy. Ja, wie viele Kills hast du jetzt? Zwölf. Okay, dann haben wir 17 insgesamt. 17? Ich hab fünf noch gemacht, ja. Oh, holy shit, ey, war das die Runde, ey. Ja, Mann. Aber läuft gut bei uns, Alter. Ja. Alter, das mit dem Motorrad, ne? Dass ich das alleine noch überlebt hab, Mann. Ja, das war so top. Holy fuck, Alter. Diese fucking Zone, ne?